Heute fliegen euch die richtigen Träume geradezu so entgegen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Ab ins Bett mit der 249. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist Sonntagabend, der 2. Mai. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir heute in diesen Sonntagabend starten. Der Sonntagabend ist ein wichtiger Tag, denn da heißt es nochmal, alle Kraft und Energie zu sammeln. Damit wir für die neue Woche genügend Kraft und Energie haben. Und das machen wir jetzt. Die letzte Energie sammeln und dann auch loslassen, damit sie für nächste Woche da ist, indem wir uns recken und strecken. Also nehmt einmal die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Und macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ihr ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Seid ihr bereit? Falls nicht, dann kann man ruhig noch ein wenig korrigieren, sich von rechts nach links und links und rechts drehen. Hier ist die 249. Gute-Nacht-Geschichte für deinen Sonntagabend. Fiona und der Flohmarkt der Fantasien. Fiona ist ein ganz normales Mädchen. Dort, wo sie heute ist, war sie noch nie. Sicher hat sie früher mit ihren Eltern schon den ein oder anderen Flohmarkt besucht. Und damals wusste sie gar nicht genau, was das ist. Als Fiona das erste Mal auf einen Flohmarkt ging, da juckte es sie überall. Denn sie dachte tatsächlich, dass man auf dem Flohmarkt Flöhe kaufen kann. Doch das stimmt natürlich nicht. Auf einem Flohmarkt gibt es allerhand gebrauchte Dinge zu kaufen. Vielleicht sogar wertvolle Sachen. Manchmal können sich echte Schätze unter den Flohmarktartikeln verbergen. Das weiß mittlerweile Fiona. Mittlerweile weiß sie auch, was ein Flohmarkt ist. Aber dieser Flohmarkt, den sie heute besucht, den findet sie gar merkwürdig. So einen Flohmarkt habe ich noch nie gesehen, sagte sie laut. An ihr vorbei ging eine ältere Dame. Sie schien auch etwas zu verkaufen auf dem Flohmarkt oder zumindest etwas gekauft zu haben. Denn sie hatte einen ganz großen Sack dabei. Die ältere Dame drehte sich zu Fiona und sagte, Hey Mädchen, du bist hier auf dem Flohmarkt der Fantasien. Fiona überlegte, der Flohmarkt der Fantasien, was soll das denn sein, ging ihr durch den Kopf. Sie hatte überhaupt keine Ahnung. Doch das sollte sich bald ändern. Entspannt schlenderte sie von Stand zu Stand. Bisher war es fast wie ein normaler Flohmarkt. Doch einiges war schon seltsam. Bei einigen Ständen lagen keine Dinge aus, die man kaufen konnte. Aber trotzdem standen ganz viele Menschen drumherum. Vielleicht gibt es ja da etwas anderes. Aber was? Fiona konnte keine Antwort finden. Es blieb also eine Möglichkeit, ganz genau eine Möglichkeit herauszufinden, was dort passiert. Fiona stellte sich zu den Menschen, die anstanden. Es war mittlerweile eine richtige Schlange, die sich vor einem Stand, der gar keine Sachen verkaufte, bildete. Wie kann das sein? Was wollen die Menschen da? Und Fiona merkte, dass jeder, der den Stand verließ, glücklich und zufrieden aussah. Mit einem dicken Lächeln im Gesicht. So ein Lachen und Lächeln, das wünscht sich Fiona heute auch. Das wäre nämlich der perfekte Ausklang für diese Woche. Fiona musste noch eine Weile warten und währenddessen beobachtete sie die Menschen rechts und links. Und dann fiel ihr tatsächlich ein Unterschied zu einem Flohmarkt, den sie sonst besucht, auf. Alle Stände sehen sehr merkwürdig aus. Überall stehen Menschen Schlange und es scheint so, als weiß jeder Besucher genau, an welchen Stand er sich anstellen muss. Während Fiona rechts und links um sich blickte und viele glückliche und zufriedene Gesichter sah, bemerkte sie, dass die Schlange vor ihr immer kürzer wurde. Es dauerte nicht mehr lang und dann war Fiona an der Reihe. Fiona stand nun vor dem Ladentisch. Was kann ich denn für dich tun? Was möchtest du denn haben? Sagte der Verkäufer. Er sah sehr freundlich aus. Gut, er hatte eine ziemlich seltsame Mütze auf, die mehr aussah wie eine Mütze von einem Koch. Sie wollte so gar nicht zu dem Mann passen und die Mütze war so hoch, er stieß sich immer an dem Pavillon an. Ein grüner Stoffpavillon. Unten drunter war ein Tisch aufgebaut, die Ladentheke. Und dahinter der Mann mit seiner seltsamen Mütze. Und ansonsten nichts. Er hatte keine Produkte, die er verkauft. Nichts Neues, nichts Altes. Er hatte auch keine Kasse, wo er sein Wechselgeld sortiert. Erneut sagte er, was kann ich denn für dich tun? Fiona erschrak, denn sie merkte, dass sie in den letzten Minuten wohl in den Gedanken ganz woanders war. Sie konnte sich nicht entscheiden, denn sie weiß ja gar nicht, was es gibt. Und der Mann schien es zu erkennen. Und er fragte Fiona. Richtig, du weißt gar nicht, was du möchtest, stimmt's? Und Fiona nickte nur mit dem Kopf. Ganz genau. Der Mann mit der seltsamen Mütze erschien sogar die Gedanken lesen zu können. Und dann geschah etwas ganz Ungewöhnliches. Er nahm seine große Mütze ab. Darunter kamen seine verwuschelten Haare zum Vorschein. Er griff in die Mütze und er sagte zu Fiona, du, Fiona, ich glaube, hier wird dir geholfen. Fiona erschrak. Der Mann kannte ihren Namen. Dabei hatte sie ja noch nicht wirklich mit ihm gesprochen. Und den Namen hat sie erst recht nicht gesagt. Trotzdem fühlte sie sich sicher und wohl. Und Fiona griff nun selbst beherzt in diese Kochmütze rein. Sie konnte gar nichts fühlen. Aber als sie die Hand rausholte, sagte der Mann, halt sie jetzt an dein Ohr. Und die Hand am Ohr, die machte verrückte Dinge. Es schien, als könnte die Hand reden. Doch Fiona stellte fest, zu ihr redet gar nicht die Hand. Zu ihr redet die Fantasie. Denn im Flohmarkt der Fantasie kann man sich nichts kaufen, aber alle Fantasien erfüllen. Und in diesem Moment wird Fiona ins Ohr geflüstert. von einer Stimme ganz sanft, ganz warm und ganz weich. Hallo, Fiona. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein ganz wertvoller Mensch. Du bist wertvoll. Behalte dir das bei und dann werden deine Träume in Erfüllung gehen. Dann, wenn du an dich glaubst und weißt, was du dir wert bist. Und ich bin mir sicher, dass du irgendwann einmal eine ganz berühmte Reiterin wirst. Fiona ging in diesem Moment ein breites Grinsen durchs Gesicht. Die Stimme der Fantasie hat tatsächlich den größten Wunsch Fionas ausgesprochen. In der Tat, sie kann sich nicht sehnlicher vorstellen, als einmal eine gute und bekannte Reiterin zu sein. Sie liebt den Umgang mit Pferden. Und nun ist es auch Fiona, die mit einem breiten Grinsen von der Ladentheke geht. Aber nicht ohne sich beim Mann mit der seltsamen Mütze zu bedanken, mit einem dicken, fetten Lächeln im Gesicht. Und nun reiht sich Fiona ein in die Menschen, die über den Flohmarkt der Fantasie laufen, mit einem Grinsen im Gesicht. Glücklich und zufrieden. Fiona weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. abinsbett.net Kapitel 1. dużo Basis. Absiszt. Peru. Jeder Traum. Ich Bedrohme. Abinsbett. Islam. Willi. Ich bedrohme. 봄. Ich bedrohme. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020